das hotel das soll man nicht sagen lol ist der Alim? ne hat mich Alim gesnappt? ist das Alim? Alim what the fuck ok haben wir von Mat gesnappt? nice Was spielen wir? 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 Welchen Champion kann man spielen, wenn man laggt? 1stst Strike Kartus Noctil is boring Christ is not too good a lag champion is though Let's try it 1stst Strike Kartus Wait, wtf Gain gold based on damage dealt Welches von den brauche ich? Nichts, ich brauche gar keins Jetzt kann IQ treffen, eh egal Ich weiß nicht welches ich nehmen soll, ich meine das ist alles shitty Ich könnte Biscuits nehmen für Mana Und 2nd page? Conny Amo maybe Future Market Ich mag es nicht so, wer mein Krediter aufnimmt Ich mag es nicht so, wer mein Krediter aufnimmt Ja, keine Sorge Ich habe auch noch 40er Ping Aber, Alim hast du mich jetzt gesnappt, um mich wegzuhindern oder wie? Was soll das denn? Sagen Ah Vielleicht sollte ich mir Exhaust mitnehmen Actually fuck it Weil ich meine Ich werde nicht mit meinem Flash irgendwas machen Ich werde niemals Flash tunen können oder so Außen 500 Gold in 20 Minuten Ist gar nicht so viel oder Vergiss nicht, dass First Work ready sein muss Aha Okay, we'll see Leute, ich habe keinen Discord Ich bin redsmiles? Nee Actually Actually Why not Actually Okay, wir spielen First Strike Kartos Okay Cool Let's go Wo ist meine Kamel? Ich will Level 1 werden Ich brauche ein bisschen Money Ich krieg Money, ne? Ich krieg glaube ich Money Wo sind die? Ich brauche Money Oh, das ist Money Okay Komm, 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 komm Du nicht Warte Oh Money, Money, Money Ich brauche einen Type nehmen Okay, fuck Leute Ich muss gerade Zorn machen oder so Ich darf aber leider erstmal nicht weiter nehmen, ne? Weil der Hackern bald kommt Ich kriege das bei uns Ich kriege das bei uns Okay, dann machen wir jetzt Machen wir Wölfe und dann gehen wir Oh shit, Wölfe bitte nicht Wölfe You can tell me Okay, jetzt bin ich im Jungle Hat er das genommen? Ja Okay, nice, direkt Bisschen früh, aber ich glaub das kann funktionieren. So, wieviel Gold haben wir jetzt gemacht damit? Geht sich Gold nur, das ist gar nichts, fucking useless, warum soll ich das nehmen? Wieviel Damage? Geht sich auch. Oh, ich krieg ihn, nein, warum, was heißt er das? Wait, die ist auch tot. Wait, die ist auch tot. Oh, mein Gott. Ich könnte hierhin die Bienen und für ihn tranken, wer an der Kabel ist. Okay, jetzt bin ich an der Kabel. Ist der Kabel nicht justus geworden? Oh mein Gott, weiter, weg. Oh nein, not justus. Ich hab auch mein erstes Game verloren. Es ist nicht so easy. Also ich glaube auch, das liegt nicht einfach daran, dass wir so krass lecken. Weil 50er Pink ist fein, aber wir lecken halt obendrauf. Mega krass sogar. Da kommt die Lack bei Sonne am Montag. Der Kabel ist fucking defeated, Leute. Mechanics ist pathetic. Ja. Wait, was ist meine Wave? Und klick dir die, wirst du das? Wann ich jetzt? Kann 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 ich jetzt einfach rüber und gucken, was passiert. Das nicht. Das nicht. Ich glaube, der Rest ist ein Freakill. Was wichtig ist, ist, ich kann eine Kande Porten nehmen. Aber jetzt, komm. 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 Aber Kamel. Ich hoffe, die... Ich hoffe, die... Okay, rennen. Jetzt Ult für Tau Reset. Okay, fast. Okay, ich brauche vielleicht eine Ult zu nehmen, brauche ich ein bisschen Banner. Ult, 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 Ult. Bitte töte jemanden! Nice. 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 Elim! Okay. Alter, ich bin so gefeedet. Okay. Alter, ich bin so gefeedet. Ich habe mich gerade dafür geflampt, dass ich einen Dragon genommen habe, ne? Ich kann ihn. Er war auch ein bisschen süß. Er bemüht sich, er bemüht sich. Okay, die Golems kommen gleich wieder ready. Und also, Kamel hat auch ihre Ult gestapet, also wir können die Rest tatsächlich sehr Klammer töten. Ich glaub von ihr. Alter, das ist aber zu low. Wait, ich wollte... Wait. Was ist falsch mit dir? Geh fucking base. Nanos! Max! Well, ich seh alles. Okay, aber ich hab schon gewöhnt. Ich hab mir schon geheimt, er ist ein Shutdown. Whoa! Gives! Wie viel Geld habe ich gemacht? 200. Ich meine, es ist fein, glaube ich. Auch nicht, es kommt noch. Aha, okay. Ich bin gespannt. Riff, scheiß auf der Falle. Wow. Das war leck, ne? 16 Gold habe ich davon bekommen. Ja, Leute, ich mache nicht lecker. Ich nehme aus dem Hotelzimmer, ja. Ich habe auf cooldown geultet. Warte, warum ultert man auf cooldown? Hier, weil du 16 Gold bekommst, ulterst du doch nicht auf cooldown. Tschau. Ey. Ey Gott, ey. Oh mein Gott, ich habe einen Krabbe gemacht, locker. Oh. Oh, ich bin neckschilliert. Oh. 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 Ne, er ist nicht tot. Oh mein Gott. Ich bin so kicken, sie kicken, sie kicken, sie kicken, sie kicken, sie kicken. Und du wirst du wirst. Ja. Ja, jetzt noch einmal in den nice. Nice. Breath. Opium. Erleben. Das ist ein Hextech-Dragon. Gibt uns. Egal, ich mache ihn mal schnell. Oh, ich habe eine E an die ganze Zeit. Oh no. Ich habe die rausgemacht, gerade. Okay, Eliem. Frichel it is. Let's go. Ihre Ego-Wistels. Aha. Wir kriegen sie nicht mehr. Wenn wir diese Leute, die immer sagen, free kill, free kill, free kill. Und dann geht man in deren Lane und dann stirbt man. Ja. 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 Ich hab die Ultfelsen, die sie töten möchten unter dem Turm. Oh nice, Add Wave keerts, wie smart von ihm. Ein Towershop fehlt noch. Alter. So gut, holy shit. Ich hab' hier mit dem Einschlafen. Ich will schon sagen, warum hab ich diese Fernseher nie ab? Alter. Ich hab' ihn gemisst. So welches Item als nächstes? Leute, das ist gar nicht so viel Gold. Come on, 300 Gold ist gar nicht. Oh, man wollt's das? Nee. No joke, 300 Gold ist gar nix. Oh? Okay. High things? Got'em. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn gefeiert. Nein, ich hab' ihn getrunken. Ich sehe nichts Ich will den kill, 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 oh fuck. Okay, das waren jetzt gerade 100 Gold, actually. Wait, ich habe gerade extra 100 Gold bekommen. Hmm, wait a second. Ich kann die Musik ändern, das ist ja terrible. Wir sind leider nicht so behind, dass wir shoppern sollten. Was macht der Hextech-Track? Ich weiß auch nicht, was steht da? 5 Ability Ace und 5 Attack Speed per Stack. Ja, nice. Attack Speed gratis. Perfekt. Also, kriegt jeder meiner Ult irgendwie 100 Gold oder wie? Nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht Groundbreaking. Ja, Leute, ich muss in Combat sind leider. Da. Ich denke, ich muss fighten wollen. Okay. Ich weiß nicht, was ich tue. Da sind alle tot. Aber alle Tasten gedrückt. Jetzt drückt der eratoire. Judah kommt zurück. Ich hab' mich Ult. W- die Hände. Und was ist das? Die Hände. Die Hände. fände aber was sie habe ich nicht töten wir beide killen müssen aber nicht ich habe aber ich habe gerade 200 gold gemacht mit dem fall ohne skate mit es geht also je später das geht das stärke mein geld ich kaufe axiom letztes gibt mir die fähig aus dem scheiß es sind zwei leute wird schon nicht fällt ich bin nicht mehr nachgedacht oder warum kriegen wir einfach so und bei den menschen wie normalerweise später ich habe so einen halben ich hab so einen halben ich hab so einen halben Schlau, ich glaube nicht. Ey! Ich kann nicht sein lassen, er werkt zu mir. Ach. Mh. Ich bin lagged. Ich hab mir jetzt fast gar kein Damage gegeben. Ich glaube, der Aktion ist so useless auf Kados. Was glaub ich dir? Nur weil mir das ein Ult-Things gibt. Also Ult-Cool dann reset. Ist auch noch lange nichts, oder? Sollte ihr mal queunen können, die wird tot. Jetzt schippt sie. Oder? Sie kann ja ausblenden. Komm, ich komm, ich komm. Ich hab Ult. 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 Der war das Klaus. Der ist in mir hier. Oh ne. wir haben jetzt wollte jetzt fehlt uns nur noch ich weiß nicht was wir kaufen soll ich sein ist gut monik vielleicht was für axiom es hört sich witzig an aber es wird so useless sein jetzt schon meine ult permanent ready es ist broken seid euer ernst schätzt sich nach einem noob bait an genau wie ultimate hunter cosmic drive wir haben 900 gold damit gemacht ich meine es ist okay jetzt auch nicht machen wir gerade so wichtig sie ist das ganze gehen schon afk realisiert ich meine wir könnten jetzt die bände der hektarum hat sie sein Warte ich pulzle? Es gibt mir nichts oder? Weiß ich hab 24 und 5 gewonnen. Perfekt. Das nehme ich vom Hotel. Vom Hotel, das ist echt cool. I love it. I love it.